Jetzt geht's los. Erste Rentner bestätigen Zahlung Energiepreispauschale. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von RentenBescheid24.de. Sie sehen, ich freue mich. Ich habe gerade eben eine Mail bekommen aus Nordrhein-Westfalen. Dort hat mir ein Rentner-Ehepaar mitgeteilt, Herr Knöppel, wir haben gerade eben die 300 Euro Energiepreispauschale bekommen. Einmal ich und meine Frau. Und ich habe daraufhin, weil ich das gar nicht glauben konnte, meine Mutti angerufen. Meine Mutti ist auch Rentnerin und die hat mir bestätigt, ja mein Junge, die 300 Euro Energiepreispauschale sind bei ihr heute auf das Konto gezahlt worden. Heute ist der 7.12.2022. Also meine Damen und Herren, der Gesetzgeber hält Wort. Die 300 Euro Energiepreispauschale werden ausgezahlt. Die ersten Rentner bestätigen die Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale ab dem 1.12.2022 in Gesetzeskraft gegossen. Ich freue mich für alle gesetzlichen Rentner, die die Energiepreispauschale bis zum 15.12.2022 ausgezahlt bekommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Aber erst sehen Sie auf einem Karena es sind sehr einfach Cir善.